hallo zusammen mein heutiges thema fotografieren bei nacht nebel und licht bitte bleibt dran gleich geht es weiter noch schnell mal die ausrüstung checken zwei statife zwei kamera die ausrüstung ist im auto verstaut jetzt kann es losgehen das heutige thema fotografieren bei nacht nebel und licht bei nacht das vorhandene licht nutzen und der nebel wirkt wie ein diffusor kamera aufgebaut einstellungen vorgenommen und nun das erste bild der nebel bringt licht ans tag wo man es kaum noch vermuten lässt gleich nebenan meine zweite location auch hier ist gut zu erkennen wie der nebel jegliches licht reflektiert auch geht es zu meiner letzten location zum flughafen nach münchen ich habe ein wunderschönes plätzchen gefunden um diese art zu fotografieren darstellen zu können im hintergrund der lichtschein des flughausen münchen wer schon mal bei nacht auf dem flughaus münchen war kennt bestimmt das große beleuchtete m ich hoffe ich konnte euch mit diesem kleinen video etwas inspirieren dann bitte liken daumen hoch und wenn ihr neues auf meinem kanal bitte abonnieren ciao euer alphons